Was hast du? Eines der besten Videos ever, ab 4,5! Heheh, Digga das ist so alt holy shit. Hallo! Hallo Rasti! Ich lieb dich! Hallo! Bist gewünscht! Guten Morgen! Du musst aufwachen! Du hast deine SMS bekommen! Okay. Hallo! Ich hab mich so weggeschwissen damals, ey, Dicker, das hab ich gewonnen. Krass, wie deine Stimme damals war, Bro, ach so, wahrscheinlich ist es meine Stimme vor zwei Jahren gewesen, oder? Okay, ich hab Cooltude, ich weiß nicht, was das ist, soll ich mal machen? Das ist die tiefe Stimme, oder? Es ist abgefuckte Rauschen manchmal wenn es noch richtig verzehrt noch, aber... Ich hab mit dem Raus hier die Lachen... Die Lachen Egal, das ist einfach so, hä? Oh mein Gott, die besten 3 Euro ever Du könntest damit hättest Werbesprüche aussehen, sag mal bitte so, Kompetenz steht an erster Stelle Kompetenz ist an erster Stelle Digga, ich hätte eigentlich auch das Feature machen können für den Juice Warr Track Imagine so ein Künstler wie Juice Warr bringt so, ich glaube das ist so das Jubiläum von seinem Tod quasi Jubiläum klingt so positiv, aber ihr wisst was ich meine Naja, egal, Imagine halt so, auch noch von seinem Album, kann auch sein, ja Gedenktag ist das Song, was ich gesucht habe Imagine so Jubiläum, so, keine Ahnung, 5. Jubiläum von seinem Album oder so Was so richtig heimgegangen ist, Digga, kommt einfach so ein Feature mit mir So richtig Whack einfach so, so richtig so, schätzt einfach den Künstler einfach so Null So richtiger Müll einfach, so richtiger Scheiß einfach dann So, es ist so, weiß ich nicht, Lucid Dreams und ich pack dann einfach irgendwie so So richtig Whacken Scheiß Text drauf, so Melon Golem, Melon Golem Du kannst doch Pfeiber anmelden, Junge, direkt mal, ich spreche Esel Also funny, Digga, also sehr, sehr funny Kacken Schildkröten? ... Vielen Dank.